Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment Batchlight Waddle, care of the private server Rising Gods Wir sollen hier oben am Kopf die Quest abgeben, viskoses Öl Dann müssen wir hier bei dem mal verkaufen, verkaufen Dass wir hier mal wieder ein bisschen Platz bekommen Mapp, 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 Mapp Und dann dürfen wir mit dem König reden Mal sehen, was er uns zu sagen hat Wenn ihr gestattet, dürfte ich eine Frage stellen, was aus Krömen hier geboren ist Ich vertraue euch nicht genug, um derlei Dinge zu besprechen Ähm, ja In Gedenken an Wünscht, dass ihr 8 Hornfragmente sammelt Mach mal König Jokum in Dunnivellim Möchte, dass ihr die Überwinterungshöhle geht und Jomotar niederstreckt Aha Ähm Jomotar Ja Hornfragmente, da oben Höhle Grollmiers Schicksal enthüllt Jo, das probieren wir Also das scheint wieder die Höhle zu sein Wer ist Jomotar? Auf jeden Fall haben wir Aus einem Toten Eischlundbären herauszuschneiden Niche, denn Komm mit Hier ist ein Toter Eischlundbär Genau Und das soll ich jetzt nur Rausschneiden Aha Dann brauchen wir das wahrscheinlich Für irgendwas anderes Ah, geht Ähm Platziert die Flanke eines Eischlundbären In Jomotars Krater Im hinteren Teil Der Überwinterungshöhle Also wenn es hier nebenbei Irgendwo mal kracht Und ein übelst Krawall gibt Ich habe Sturm Im Hintergrund Da kann dann sein Das irgendwas auf dem Balkon Umfliegt Oder Wegfliegt Oder irgendwas Einstürzt Hoff ich nicht Werden wir dann sehen Jo Wenn ich schreiend wegrenne Oder quietsche Wie ein kleines Mädchen Wirst du wissen warum So Das hier Und Das hier Stell mal hier hin Mit Weih Jippie Juhu du kriegst den da ab und den da und den da und den da und dann geht das licht aus so hier wie wir es da zieht ja jetzt mutter sollen dass die zähne durchstellen hier oder von dem wir haben es geschafft und wir machen jetzt ein quantensprung hier hinter zu den hornfragmenten wie auch immer ich die kriegen soll bis gleich so wir sind hier im anflug auf horn und so wer droppt die hirne liegen die homo oder was hochfragment zeug das ja noch so was hat sich jetzt nicht rentiert hinzustellen sooo das blöde dabei ist ich glaube wir müssen die dann als daily oder so auch noch mal klatschen deswegen lohnt sich das umlatzen von den typen ja ja nicht und wenn sie natürlich so bescheiden hier davor stehen muss ich sie leider umklatschen tut mir auch gar nicht sorry ruhloser krieger so da haben wir das zweite hornfragment könnte sich ein bisserl umständlich gestalten wenn ich ja auch hier wenn die hier so beschützt werden das dritte davon ist auch eins hier ist eins da hinten sind noch mehr ja es gibt dann auch die delhi dass du nur die zwerge klatschen muss dort sieht auch so aus dass der die hier nur klatscht die die schöne kann ich in ruhe looten ja näheran habe ich verstanden die bus und so und das da und damit ist darum uns dat hornfragmenten noch zimmer die zum in die musste nicht gut dann müssen wir auch nicht mehr machen als unbedingt nötig hör auf mich mit eis zu beschmeißen dat isst man hat jawohl speiseeis ne genau essen wir doch alle gern 8 umfragmente und jetzt dahin zurück aha nicht zu dir du bist nein auch keine ahnung was der dort steht ist ja nicht normalerweise einer anderen phase machen wir uns mal keinen kopf das wird schon seinen grund haben wir müssen einfach mal zurück versuchen hier die nicht die quest ab zu geben Jodentag. Oh, der ist zu groß. Ihn gedenken an. Bitteschön. Dass ihr Hurt dir das Hornfragment zum Jormit in Dun Nephilim bringt. Mach ma. Jo, Mutter ist verdammt fett. Haben wir auch gemacht. Wo ist der? Da hinten. Das war der Mann. Was genau. So. Bitteschön. Dankeschön. Das war's. Wir kriegen eine neue Daily. Aber, 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 aber. Hä? Das war's schon? Wann geht denn die Quest weiter? Die Daily. Ab. Bekommen am Mundstück eigentlich. Jo, die aus Hornblasen. Fünf Vorfahren von Nephilim und fünf Frosterben besiegt. Jo, können wir auch gerne machen. Sind das die da oben? Jo, das sind die da oben. Krömyrs Schicksal enthüllt. Krömyrs Schicksal enthüllt. Wie kann ich zu Diensten sein? Oh, ich saß noch auf dem Mount. Das ist das, was ein bisschen ungünstig manchmal ist. Wo es Buggy ist. Ich kann zum Glück nicht nach hinten gucken. Es sah gerade aus, als würden wir dreifach aus dem rausrennen. Aber das macht nichts. Normalerweise sitzen wir bei dem hier nur auf. Sehen uns die Geschichte ein. Und geben dann die Quest ab. Wir sitzen jetzt direkt auf Königdorf. Nö, wir sitzen in ihm drin. Ich möchte gar nicht wissen, wo direkt. Wir laufen einfach mit. Ich lass mal die Kamera so ein bisschen gedreht. Wir sollen da hin. Zu Torium zurückkehren. Den Torium wahrscheinlich aus dem wir vorhin gesehen haben. Aha, aha. So klärt sich das dann alles auf. Jokum reiten. Reitet auf Jokum. Normalerweise bist du oben auf der Schulter. Aber das sehen wir alles mal nicht so eng. Du siehst auch wieder, wie es hier ein bisschen zugeht. Da hat wieder jemand eingegriffen. Hauptsache es funktioniert. Ansonsten halte ich besser die Klappe. Reitengeräusche. Runtadundundundundundundundundundundundundu. Jawoll, da vorne dürfen wir die Quest abgeben. Der wird uns wohl genau dort rausschmeißen. Mhm. Krass. Wenn man hier so nah dran steht. Sieht das viel eindrucksvoller aus. mir stand doch okay dann halt nicht ja so kommt ja dann hier runter filzt mich questen zu schicken zum beispiel machst du ja schon die ganze zeit ja nimm mir mal ab finde torion torym an der südöstlichen kante der terrasse der schöpfer gleich nordwestlich von dunnivelem da oben da springst du auch noch rum der ist echt langweilig oder naja das haben wir ja gehört vorhin aber 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 ich weiß grüße kleines wesen ich hau dir gleich du ja gut für dich bin ich wirklich klein nicht dass er dann noch gekitzelt wenn ich dich haue und dann auf mich tritt das wäre bestimmt aber so hier riesen kommen wir ja riesen riesen jeder zieh den mal mit und den da auch der mal das gleich und das auch so ist dort auf trete ich mal im kreise rums die bums wo es noch ist hier der macht ihr gerade alles dicht und wir der große riesen riese leuchtet hier noch ein kleiner knubbel oder sowas hier und da verhindern wir die nein ich muss sie auch noch befreien ja jetzt noch mal mal gut dass ich das gesehen habe nein das ist kein feuer alarm das ist ja buste glocke nein nein schauen wir dann gleich den nächsten großen Rumps, die Bums. Eisstachel. Die hier mal mit ihrem Eis haben. Ich esse doch das so gerne. Und schmeißen wir noch nicht. Mä. Ähm, ja, hier hat man es. Mä. Mä. Oh, hier scheint Riesbaum zu sein. Bin ich den? Ah, ein Ditch. Kommt der andere mit? Ah, hier ist noch Riesbaum. Na, dann machen wir euch hier ein und so. Gute Nacht und so. Und im Moment habe ich gerade nichts zum drücken. Dann geben wir dir den. Und den. Und ich mir den. Nehmen wir den Dicken hier raus. Den sehen wir die dünnen eventuell hier drunter. Web sind sie gerade aufgebläppt. Nummer vier. Nummer fünf. Jetzt brauchen wir nur einen großen. Und holen wir uns den hier am Rande. Was? Das sah aus wie verfehlt. Paula, diese E-Kaudia. Dermaßen echt ey. Aber das liegt eindeutig an meiner Trefferwertung. Trefferwertung. Der nicht freundenden Trefferwertung. Also ein bisschen habe ich schon. Kommen wir hier zur Seite. Ich sehe sonst nichts. So, den da noch. Genau, und dann haben wir es schon geschafft. Wir müssen erstmal die Quest abgeben, bevor wir hier oben weitermachen. Und hier unten kannst du dann mit diesen Dailies jeden Tag Ruf farmen. Ruf haben wir U. Die Söhne Houdia ist mittlerweile schon freundlich. 2400. Wenn du das hier jeden Tag machst. Jo, ne. Dann bewegt sich der Balken schon ein bisschen. Aber man muss halt auch dranbleiben. Ja, Horn und so. Genau. Eigentlich könnte man hier oben auch so ein Mundstück sehen und an dem Mundstück abgeben. Naja, gut. Das war mal vor Jahren. So, hier haben wir jetzt wirklich alles weg. Den dies fein. Dann geht's auf zum nächsten. Jebiet. 42 Quests sind es nur noch. Hier oben noch neune. Da muss ich mal gucken. Wie ich das hinkriege. Das sind übrigens hier auch Eisenzwerge für die Juve Daily. Thorim, bist du hier? Thorim. Die Rasse der Schopfer? Oh, man. Das ist, wollte ich gerade sagen, das ist doch falsch. Aber hier kommen wir eigentlich auch noch überall hin. Auch hier unten nochmal. Aber wann in welcher Reihenfolge? Dort gar nicht, gar nicht mehr sagen. Denn auch hier oben ist richtig viel los. Das sind nur richtig viele Quests. Ich buch mich mal nach. Ja, das nenne ich mal Streitkuchen mit Energie. Du hast mich doch hier hochgejagt. der Eid von und ja... Lugenslakein. Lugenslakein. Das hier Eisenfaust. Ja. Da sind auch noch mehr. Eisenfaust, Halefnir, Duron. Und die sind alle da oben. Und hier sind die... Und wie soll ich die? Beschwört eine kleine Armee Irrdener. Ich brauche hier oben eine kleine Armee Irdener. Ja, das sieht so aus. Den beschwöre ich mir eine kleine Armee Irdener. Ja, eine Attacke, Mädels. Hälfte, Hälfte, Hälfte mir? Nö, ne? Aber... Hilfe. Google ein. So, das da... Das da... Das da... Hab ich... Ja, ich hab. Bäh, was? Noch so ein großer? Ja, noch so ein großer? Muss das so? Scheint so. Von dem brauchen wir noch mehr. Das waren nur sechs im Moment insgesamt. Supi. Haut ihr den auch mal kaputt? Macht ihr mal was? Bitte. Jetzt sind sie auch noch weg. Müssen wir sie wieder neu holen. Ne. Ne, ne große nicht. Dann nehmen wir nur ne kleine. Hier hinten, die stehen schön ein Zehnten. Na gut, ich hätte die vielleicht nehmen sollen und nicht gleich nicht gleich die großen. Gut, das machen die Kleinen. Ich treff. Doch, ich treffe. Krass, guten brauche ich nicht. Das sind wir hier. Mir geht's nur um die Mops. Und, da steht noch ein kleiner drin. Hier nimmt mal bitte den Riesen und ich mach ja nix. Außer halo. Kloppe dir den mal runter. Aber lustig klingt das schon, muss ich sagen. die medien so mitkommen einer kommt mit nach jetzt doch ist ja eisenschild wachen sind sofort die nun uns denn da lasst mir jetzt drauf da gibt ihm kante ich muss mir doch mal heiligen ding 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 ach da war noch ein kleiner drin eingreifer der zwerge alter schwede ich frage mich gerade wie du das im normalen level bereich machen willst jetzt aber derb ins gesicht du ich glaube die sollten wir unten auch in ruhe lassen auch von den kleinen haben wir auch schon 20 irgendwie ging das jetzt ganz schön schnell wir brauchen noch ein paar von den großen aber in der nächsten runde jetzt brauche ich erstmal einen baldrian tee genau um mich auszuruhen wir gucken mal hier rein ich bedanke mich für das reinschauen vorbeischauen zuschauen dankeschön wenn es euch gefallen hat dann sehen wir uns eventuell in der nächsten runde wieder zu word of warcraft von blizzard untertämen petstein und wortel k auf dem privat server rising gods bis dahin auf wiedersehen und schezikowski scheiikowski Bis zum nächsten Mal.